Hallo Freunde, guten Morgen allerseits. Mal noch auf die Schnelle ein Video für euch. Wie gesagt, schreiben immer noch welche, brauchen jetzt kein Feedback mehr, alles gut und ich werde da gucken, was ich damit jetzt mache, aber es ist in so einem, also ich hatte ja gefragt nach so Feedback zu Cuttern, aber irgendwie ist das so ein bisschen ausgeartet, dass jetzt ganz viele schreiben, weil ich wünsche mir Hochformat, ich wünsche mir Querformat, ich wünsche mir, ja nee, es ist, ich muss ab und zu mal so kleinere überlegen, welche Richtung jetzt so weitergeht, aber letzten Endes ist der Kanal dann so, wie er ist, muss halt immer jeder gucken, ob er damit happy ist oder nicht, kann da nicht jeden zufrieden machen wahrscheinlich, aber gut, das noch mal kurz gesagt, genau, freue mich auch über eure Unterstützung hier auf dem Kanal, auf jeden Fall, wisst ja, wie man das machen kann. Heute haben wir ja letzten Endes das Thema Liebeskummer so nach, aber jetzt Liebeskummer noch so nach, nach Jahren, den Ex vermissen, ja, keine schöne Sache, gehen wir mal rein, du kannst uns auch solche Fragen schicken, wir ein Formular auf libysche.de, also von Rasputinetschkula, hallo lieber Christian, ich hoffe, du hattest einen guten Start ins neue Jahr, ja, einigermaßen, direkt zu meiner Frage, vor mittlerweile fast zwei Jahren hatte ich direkt nach der Trennung von meinem ersten Partner eine Freundschaft Plus, ach, die Freundschaft Plus, okay, die sechs Monate sehr gut verlief, danach hat er mich mehr oder weniger geghostet, obwohl er mir bis heute auf Social Media folgte und meine Beiträge liked. Leute, gebt doch, das ist wirklich so 2024 oder 2023, wie auch immer, was soll das, du ghostest jemanden und gleichzeitig likest du die Beiträge auf Social Media, also ich würde diese Person blocken, meiner Ansicht nach sind viele hier, du vielleicht auch irgendwie zu weich einfach oder zu nett und was soll das, also das ist so ein Irrsinnsverhalten, was keinerlei Berechtigung hat, ne. Ich habe bis heute nicht verstanden, warum wir hatten eine echt gute Verbindung, es gab keinen Streit oder sonstiges, im Gegenteil, er hatte schon öfter Ideen in den Raum geworfen, die eher in Richtung Beziehungen gingen. Ja, aber es ist irgendwie selten so, dass eine Freundschaft Plus, die sechs Monate läuft, dass dann noch gesagt wird, wir wollen in Beziehungen gehen, weil dann hat man ja schon, wie soll ich mal sagen, erste Verliebtheit ist schon hinter einem, die war sowieso nicht so groß, dass man überhaupt Commitment wollte, wer auch immer das jetzt von euch jetzt Freundschaft Plus gewollt hat, da ist sowieso schon so eine Lockerheit drin, da darf man sich auch nicht wundern, wenn es auseinander geht und ja klar, bei Freundschaft Plus kriegst du auch nicht so viel Informationen geliefert, wie wenn du sagst, wir sind in einer Beziehung, wir gehen auseinander, ne. Ja. Aber, also wenn man nach sechs Monaten noch nicht weiß, ob man eine Beziehung will oder nicht, dann weiß man das auch nach sechs Jahren nicht, ne. Während ich versuche, sich nicht allzu viele Gefühle zu entwickeln. Ja, wir wissen ja, dass das einfach nicht funktioniert, deswegen, also modern das auch ist, Freundschaft Plus, muss man immer überlegen, ist das so das Richtige für einen, ne. Genau aus diesen Gründen. Nun ist das Ganze, wie gesagt, fast zweier her und obwohl ich eine absolute Abneigung gegenüber ihm empfinde, aufgrund des Ghostens, ja, aber nicht so sehr, dass du ihn blockst, irgendwie, ne. Kleinigkeiten, die mir zeigen, dass wir ohnehin keine Zukunft zusammen gehabt hätten, komme ich gedanklich einfach nicht mehr von ihm los. Ja, und weißt du, woran das liegt? Das ist wieder ganz einfach, also das, das Schöne bei Liebeskummer und solchen Sachen ist, also Liebeskummer ist eins der am klarsten beherrschbaren Gefühle, die es, die es tatsächlich gibt, also ich, ich meine, also versuch mal so komplexe Gefühle wie, äh, ständig traurig sein oder depressiv sein in den Griff zu kriegen, ja, äh, weißt du manchmal selber nicht, woran liegt es denn jetzt, woran liegt es? Bei Liebeskummer kann man eigentlich immer, weiß man eigentlich genau, woran es liegt und auch wenn man jetzt natürlich bei jedem der Verlauf ein bisschen anders ist, kann man ganz genau sagen, welche Sachen machen es besser, welche Sachen machen es schlechter, woran liegt das? Äh, es liegt viel daran, dass es eben wie so ein Suchtprozess eher ist, als wie so ein einfacher emotionaler Prozess und einer, der natürlich, ähm, also wir haben ja, äh, verschiedene Schichten des Gehirns und diese Nachdenkschicht, das ist ja nur so die oberste, da drunter liegen ja durchaus, ähm, das ist ja immer die Waschmaschine, der gerade dann schleudert, da mit einem Video ist, hätte ich nicht zu fassen, aber müssen wir jetzt durch, ich muss gleich los, ähm, das, also und wir haben, es gibt halt so entwicklungsgeschichtliche ältere Teile des Gehirns, wo man auch sicher sowas wie Liebeskummer verorten kann und, äh, die sind halt nicht so optimal verbunden mit dem Nachdenken, ne, das sind halt einfach verschiedene Teile, deswegen kannst du jemanden vermissen, obwohl du ihn gedanklich ablehnst, aber gucken wir erstmal weiter, bevor ich dir sage, was du machen solltest, ähm, vielleicht liest du auch daran, dass ich seitdem noch mit niemandem wieder ernsthaft gedatet habe, definitiv auch, ja, trotzdem weiß ich, dass ich, wenn er mir schreiben würde, wahrscheinlich sofort darauf anspringen würde, ich vermisse also quasi eher die Zeit, die wir gemeinsam hatten, als ihn, ja, das, unser Gehirn spielte uns ja immer so ein bisschen vor, ähm, das war alles ganz toll und obwohl du genau weißt, das war nicht toll und, ähm, also das zeigt mir jetzt, was du sagst, zeigt mir Verschiedenes. Erstmal, du hast, glaube ich, nicht mein Modul null gemacht, ich weiß, also viele von euch wollen einfach nicht den Gegenwert von drei Döner oder mittlerweile noch zwei Döner, glaube ich, aufbringen, um mal einen Kurs zu kaufen, macht es einfach wirklich so, vielleicht könnt ihr euch auch immer nicht vorstellen, dass es noch anders ist als die Videos, ja, es ist anders und, ähm, Liebeskummer-Kurs, ähm, weiß ich nicht mehr, habe ich wirklich tausende Mal verkauft, also, ähm, der ist wirklich, äh, äh, ich glaube, der ist wirklich richtig gut und, äh, da gibt es eben auch Tools drin, du sagst ja vielleicht, ich habe auch keinen Liebeskummer mehr, doch, ich würde schon sagen, ne, weil du stellst ihn immer noch auf den Podest, du hast immer noch so Routinen, wo du viel zu viel über ihn nachdenkst und, äh, das kann ich dir auch hier schon sagen, du bist nicht auf null Kontakt, ne, äh, sich dann von dem Partner, Ex-Partner noch liken lassen und den auf Social Media halten, das ist nicht null Kontakt, ne, und das, da darf man sich nicht wundern, außerdem stellst du ihn auf den Podest, glaube ich, auch wenn du sagst, du lehnst ihn ab, aber irgendwo stellst du diese Zeit auf den Podest, so, und, äh, ja gut, es war, es ist, Freude schlachlos ist auch besonders anfällig, denke ich, für Liebessucht, weil das ist immer sowieso mal so ein Hin und Her, es in sich schon so ein bisschen hot and cold ist, äh, also ich will das jetzt, habe heute nicht Zeit, das alles so auszuführen, habe ich, glaube ich, genug Videos auch zugemacht, sonst, wie gesagt, wenn ihr anfangen wollt bei mir, äh, Liebeskummer ist Modul 0, dann gibt es Modul 1, Modul 2, wenn ihr euer Liebesleben da in den Griff kriegen wollt, fangt einfach mal an, und, äh, ja, also gibt es Gründe, warum du so dranhängst, auch, das hat sicherlich auch mit der Natur der Beziehung zu tun, und auch, ja, dass du keinen, äh, keinen anderen Freund hattest seitdem, ne, das, ähm, spült häufig noch so letzten Reste von Liebeskummer raus, wenn man einfach mal, ähm, irgendwas Neues hatte, und dass man mal ab und zu so einen kleinen Crush auf seinen Ex hat, oder ab und zu mal nett über ihn nachdenkt, das ist ja auch total in Ordnung, aber, ähm, also was du hier sagst, ist ja, obwohl die Beziehung so scheiße war, wäre ich jetzt sofort wieder drin, ne, das, und was mir als, das als Letztes sagt, ist, dass du, sag ich immer ganz gern, so nicht hart genug bist, also das heißt, äh, was meint das, das heißt, dass du deine eigenen Standards nicht so hoch hängst, ähm, sozusagen wie diese, ähm, bisschen suchtartigen Gefühle, die du da hast, dass du nicht sagst, ja, und wenn ich ihn tausendmal vermisse, ähm, seid mich geghostet, er ist raus, also man kann diese Härte entwickeln, wenn du was willst, wenn ihr das wollt, vielleicht viele, ich glaube, die meisten wollen das auch gar nicht, also man kann diese Härte entwickeln, wenn man sich dafür entscheidet, wenn du sagst, niemals wieder wird jemand meine Grenzen überschreiten, äh, ohne dass es Konsequenzen hat, so, ne, ähm, ähm, wenn du das mal einmal entschieden hast und durch und durch entschieden hast, äh, dann folgt auch dein emotionales Gehirnleben sozusagen, folgt dem dann auch irgendwann so, ne, also du kannst an den Punkt kommen, wo du sagst, äh, wo du wirklich Emotionen fast so ein bisschen abstellen kannst, weil du einfach in deinem Gehirn einen Schalter umgelegt wird von, äh, alles klar, meine Grenzen überschritten, diese Person ist raus irgendwie, ne, oder, ähm, das heißt raus, wird jetzt nicht weiter verfolgt und, äh, äh, wollte ich nicht, hat seine Chance gehabt, also du kannst so ein Mindset entwickeln, wo dann auch das emotionale Leben sehr schnell folgt, ne, äh, okay, das war jetzt ein bisschen viel Information, ich hoffe, du konntest was, ähm, damit anfangen, also ist jetzt auch überhaupt keine Kritik oder so, das ist völlig normaler Prozess, kann jedem von uns passieren und muss dann halt nur immer überlegen, wo bin ich hier falsch abgewogen und ich glaube, wo ich auf jeden Fall ansetzen würde, ich würde ihn sofort blocken auf Social Media, so, und wenn du aber meinst, du kannst das nicht, so, da musst du echt mal überlegen, ähm, was das, was das soll, also du kannst, wenn du, wenn du sozusagen wirklich denkst, ich warte eigentlich nur darauf, wann er mich anschreibt und deswegen, der hätte ich auch niemand Neues und deswegen blocke ich auch nicht, äh, ja, dann hast du auch irgendwie noch nicht abgeschlossen mit der Beziehung und egal wie beschissen die war, du hast dich abgeschlossen mit ihr und, ähm, ja, da muss man sich echt fragen, äh, wie kriegt man die abgeschlossen, ne, muss, muss du dich dann bei ihm nochmal melden, aber ich, ich kann ja eigentlich ernsthaft niemandem raten, sich da wieder zu melden und ich bin ja kein Freund von Ex zurück, ähm, aber klar, man muss sich überlegen jetzt, du müsstest dir überlegen, wie kriege ich das denn jetzt abgeschlossen, weil das kann ja nicht ewig so weitergehen, ne, also das sitzt du bis 80 noch da und er liked, äh, liked, äh, dich im Altersheim, hätte ich fast gesagt, beim Kartenspielen und denkst immer noch, hm, was wäre, wenn er jetzt schreiben würde, also das kann ja nicht ewig so weitergehen. In diesem Sinne, macht die Folge kurz, wir sehen uns bald wieder, ciao, lieben. Wir sehen uns bald wieder, ciao, lieben.